Ich verbitte mir, Übles zu denken, verbiete meinem Herzen die Saat eines wie auch immer gearteten Misstrauens aufkeimen zu lassen, wünsche mir nichts sehnlicher als in meinem Verhalten als dämlich und kindisch demaskiert zu werden, indem Sie mich und meinen schwachen, ungeduldigen Charakter mit wunderbar einleuchtenden Erklärungen hinsichtlich Ihres ungewöhnlich lange ausbleibenden Lebenszeichens vorführen, deswegen erbarmen Sie sich meiner, vernachlässigen Sie für einen Moment unser Gelübde, dem anderen bedingungslos sämtliche Freiheiten zu lassen und melden Sie sich. Untertitelung des ZDF, 2020